Liebe Radio 1 Hörer und Hörer, liebe Fans hier im Hardrock-Café, die Skorpions, bleiben uns am Platz! Wir haben eine neue Platte gemacht und waren das ganze Jahr eigentlich im Studio und haben Eye2Eye aufgenommen. Das Album ist heute rausgekommen und heute Abend für uns ist das eine echte Premiere und ich sag's nicht nur so, sondern ganz speziell dieser Song hier, den wir jetzt für euch spielen. Es ist nicht nur das erste Mal, sondern wir haben es selbst kaum gehört, weil er noch so brandneu ist. Wir haben nämlich eigentlich ganz zum Ende der Platte, so eine Aufnahme, als wir in Los Angeles schon bei Mischen waren, haben wir diesen Song zusammen mit Jones und Foreigner aufgenommen und er ist also ganz, ganz, ganz am Schluss auf die Platte gekommen. Also ihr könnt euch vorstellen, dass wir den Song eigentlich noch nie live gespielt haben und so in der Form anplackt, sowieso schon nicht. Also es ist eine echte Weltpremiere und der Song heißt Ten Light Years Away. Here we go! Musik 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 Try to lose the claustrophobia, open up and find utopia, utopia. More desire, yes, my mind goes flying. Ten light years away, to save my soul years away, to change it all and find a way. Try to try again, girl it's time to start over. Ten light years away, I've been watching the reflection of the bamboo in the shade, when I saw her. Oh yeah, a very hot day in Havana, the midnight blue lagoon, so shy and excited. I dream she was kind in, ten light years away. So take me home, years away. Where I come from, help me find a way. Way too long, gonna try, to start over. Ten light years away, to save my soul years away. To change it, don't help me find a way. To change it, don't help me find a way. But try again, girl it's time to start over. Ten light years away. também within a Karen's eerie, telling somebody when she runs away. "...N PLAID was socha'' It's not so on stage and is gonna see even a hero of a man who sort. And now I find out she's one of the many friends today who you think is one of the most of the mlth and others Number one知 any more time to experience your dreams, BE OUT A WASHIVAL and the most amazing people. For all that passion in Recognition I feel wins out with others, you feel myself as the most beautiful, because I should never be u the most beautiful,